Achso, wollt ihr euch, wollt ihr euch gar nicht vorstellen jetzt? Ich hab mich doch vorgestellt. Jetzt war mal wieder Hyko, der da auf einmal mitten drin war. Also so richtig mit Kanalwerbung und so, ne? Achso, also den mach ich jetzt auch einfach mal. Also ich bin so, so dieses YouTuber, was einige jetzt machen. Da bin ich auch einer von und ich mache solche Let's Plays. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das machen ja recht wenige. Dieser Gronkh, dieser Gronkh, der hat da jetzt, ja, der hat begonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch mehr machen. Eigentlich macht das ja nur Gronkh, weil Gronkh ist ja auch der Erste und alle anderen machen die nach. Ich weiß, da hab ich auch sehr viel Hate deswegen. Ähm, aber ich kann damit leben, weil ich bin schon älter als Gronkh. Ich bin nämlich nicht erst noch zwölf. Diesmal kriege ich den Arsch. Nein, okay, ich lauf nicht in den Krumm rein. Ähm. Und, ähm, ja, ich mach jetzt halt hier so mit solchen anderen komischen Leuten, die sich auch für Gronkh halten, äh, Let's Plays. Und ja, Link in der Beschreibung. Ja. Hast du schön gesagt. Danke. 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 ан